hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge real farming ls 19 mit reality auf der grünfelder land ich bin noch hier ein bisschen am paletten box auto spielen und warte darauf dass es nun kommt mit irgendeinem gerät womit war die paletten voll abladen können ich glaube ich gehe mal so lange kaffee trinken ein bisschen frühstücken hier um die uhrzeit ist auch nicht so schlecht morgen direkt einen kaffee und kaffee und ding star zum mitnehmen und brötchen nix los hier ja ok dann geht mir schön ihr ja 5 mark 80 bitte tschüss ich höre was mir war schon da noch keiner da ich kann mal den anhänger irgendwie umstellen ich muss tanken bevor mir das sprit ausgeht jetzt kommt ja jemand Servus. Moin. Ich stelle den gerade mal irgendwie so hin, dass es vielleicht passt. Ich stelle den gerade mal. Ja, ach ne, geht ja nicht. Kommen sie in die Schläuche weg, dann will sie nicht mehr. Jetzt direkt ankippen? Ja, aber vorsichtig. Erst, wenn er oben ist. So, jetzt sagt er. Moment kurz. Ach ne. Moment. So, jetzt. Vorsichtig. Am besten vorfahren. Ja. Weiter. Ja, der, 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 der. Klar, es ist halt schwer, ne? Ja, ja. Warte mal, ich fahre noch ein Stück zurück. Jetzt gleichzeitig. Ich gucke noch mal. Ne. Ne. Warte mal, ich koppel mal ab. Äh. Äh. Funktioniert, glaube ich, nicht. Leg ihn mal komplett auf die Seite. Muss er irgendwie gehen, ja? Nicht am Reifen! Geh wenigstens drunter mit der Schaufel. Macht er uns drunter? Ja. So, jetzt langsam. Und höher. Schmeißen um, komm. Weiter, 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 weiter. Noch ein bisschen. Kannst du ihn auf den Kopf legen? Kann ich auch. So, nächstens mal versuchen. Alter, ich brauche ihn nicht. Ich brauche ihn unbedingt. Also, es ist, äh, sehr schwierig. Ich habe hier eben nicht so Angriffsfläche. Mist, ey. Ja, 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 ja. Äh. Okay. Ich versuche mal was anderes. Kommst du hinter, unter die, unter die Hinterreifen? Versuche ich mal. Ja. Ja, 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 ja. Achtung, warte, ich gehe weg. Jetzt. Hoch. Ja, ja. Der wurde starb. Ah, so eine Scheiße. Gib mal die Schaufel jetzt. Ja, der rutscht ab. Oder ich muss weiter rein. Ja, probier mal. Ich glaube, einen Versuch haben wir noch. Ja, 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 ja. Okay, jetzt lassen, jetzt rollen wir mal zurück. Aber vorsichtig, wegen der Deichsel. Ja, 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 ja. Ah. Ja. Okay. Das hätten wir geschafft. Moment, ich mache den mal weg. Schwere Geburt. So, kannst du die jetzt noch ein bisschen zurückziehen? Jo. Aber ich weiß nicht, ob die vielleicht andersrum müssen. Dann stört die ein bisschen andersrum. Ach, nee. Ja, guck mal, ob sie an der einen Kante flippen kannst. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja. Müsste die Palette schon irgendwie aushalten. Ja, ja, ja. Und zurück. Ja. Sehr komisch. Darf ich mal? Ja, klar. Ja, klar. Mal so ein Ding fahren. Machen Sie nicht bloß dich kaputt. Na, was? Es ist aber mega wichtig. Ja. Achtung? Aber die Leerpaletten hat er zum Teil angenommen. Ja, komisch. Vielleicht ist da was kaputt. Kann natürlich auch sein. Nee, jetzt, guck mal. Ah. So nicht jetzt. Okay, dann probieren wir mal die nächste. Hm. Ist schon ein bisschen schwierig mit dem Ding zu fahren. Ah, ist übungssache, ist übungssache. Ah, jetzt, guck mal. Ja, ist ein bisschen tricky. Okay. Ah, jetzt will er aber nicht mehr. Ah, jetzt. Okay. Hä? Muss man doch schon ein bisschen rumfummeln. Ja, ja, aber. Dann müssen sie sich mal ein besseres System überlegen hier. Ja. Ah, jetzt. Jetzt. Okay. Okay. Ich meine, die könnten ja auch sowas wie ein Förderband hier inbauen, wo er das dann direkt auflädt. Ja, aber warte mal. Das Problem ist, dass die hier nicht will. Die anderen zwei gingen, ja. Das liegt an dem Ding hier. Die nehmen sie nicht an, warum auch immer. Das ist ja auch. Ja. 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 ha jetzt die nimmt er auch na jetzt gehen auch beide super perfekt dann hat mir den tag gerettet doch kleines trinkgeld sagst du am chef nix tschüssi so ich bin einmal weg danke für die hilfe tschüss hi hi ich wollte mal vorbeischauen wie deine metzgerei so aussieht ich war jetzt mal neugierig ja läuft jetzt läuft jetzt wurst leder und steak schon lecker naja ich hoffe ich stehe da gut du wirst jetzt nicht wie groß sein platz ist da rum ja ich habe hier schon genügend platz ja läuft inzwischen alles gut ja nächste ferkel kommt auch schon in vier stunden schon wieder alles hat ja einen richtigen schub gegeben ja aber ja die viecher die freunde fühlen sich ja wohl und immer morgens wenn ich mich sehen dann rennen sie alle mal direkt zum tor ja weil die denken sich ja streicheleinheit mhm gucken wie es ihnen so geht dann ist ja gut wenn die so denken ja ja noch eins hat sich wohl anscheinend bei mir den fuß gebrochen sorry ähm klingt aber nicht wirklich gesund naja geht schon geht schon geht schon alles gut äh ja dann musste man zum tierarzt der tierarzt war ja vorhin bei mir ah und ja hat sich nur vertreten angeknackst ja dann ist ja ok dachte aber in zwei wochen ist das wieder kuriert nicht dann ja gott sei dank was gut wenn du irgendwann mal tierchen los haben willst du weißt wo dich hinwenden kannst ja und wie gesagt der auflieger steht ja jetzt bei mir mhm ja passt hab ich jetzt schön hab ich alles jetzt aufgeräumt die fahrzeuge sind jetzt aus meinem fahrseele raus in den hallen mhm naja ordnung ich bin jetzt gerade noch ein bisschen die silage die ich verkauft habe an den äh blaubeer nach blaubeern fahren ah ok und dann muss ich noch mal mit dem ding da ja ja dann ist ja alles gut dann muss ich ja und dann muss ich noch mein feld wieder für die nächste ernte vorbereiten oh ernte ist was gutes da muss ich den neumann auch mal anrufen meine karotten müssen aus dem feld ja da brauchst du auch welche oder habe ich gehört ähm ich habe zuckerrüben noch um äh bei mir liegen ach ja stimmt aber ja das hast du ja gekauft gell ja das einzige was ich ja also das nächste was ich jetzt andere ist jetzt mais ist eine runde mais mhm ok ich hoffe das kann überhaupt mal eine säenmaschine ich guck mal eben fahrzeugpapiere da sind immer alle dabei da sind immer alle dabei ich habe immer alle dabei ok ne mais kann man jetzt nicht drillen tja dann musst du mal gucken ja gut du ich muss aber weiter ich äh ich auch hab Zeitdruck ja Zeit ist Geld und beides hat man nicht so ist gut bis dann mal ne bis denne tschü jo tschau so müssen wir nämlich weiter hier nicht so viel Zeit zum labern also ich wollte äh zum einen euch vielen Dank fürs zuschauen wenn es euch gefallen hat lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da schaut gerne morgen wieder rein ich werde jetzt gleich nochmal den Neumann anrufen und äh gucken ob der mir warte mal ich fahr mal grad rechts ran und dann kann ich telefonieren so also bis morgen tschüss